So, ich mache wieder Live-Session. Ja, ich bin hellwach und das sind ja die Untoten, gell? Meine Enten, ob die das spüren, dass ich auf sie achte, weiß ich nicht. Das sind ja nicht meine Enten. Gehört ja irgendjemand. Ja, nicht, dass es heißt. Ist ja noch nicht Winterszeit, gell? Mal gucken, ob es jetzt wieder, wenn ich in den Kreis laufe, dieses Teil mitgeht. Mein Sohn hang auf jeden Fall da, auf dieser Seite. Anfangen zum Rauchen. Und jetzt schauen wir mal, ich glaube, das läuft mit, auch wenn es nicht der Mond scheint, läuft es mit. Immer im gleichen Abstand. Ich bekam, als ich noch einen Panther hatte, ein Fahrschulschild hin. Wir wissen alle, dass der Fahrschullehrer mich damals mit Absicht durchfallen hat lassen. Tja, die Außerirdischen, gell? Ich soll ja nicht unbedingt im Dunkeln runtergehen. Also ich habe jetzt fast einen Kreis gelaufen. Vielleicht kann man es nachher erkennen. Es ist schon wieder eine Minute und 14, aber es läuft mit, das Objekt. Tja, who is it? Mein Storch lässt sich nicht verarschen von einem Storn. Ja, was haben die da gemacht, gell? Das Teil läuft mit. So schaut es hier von unten aus, gell? Das sind ja komische Geräusche. Tja, und da steht es wieder. Ich fand es heute wieder nicht normal mit Peter Falk, was die mir brachten an Personen. Und er kommt richtig nahe hergesummt. Ich kann keine Veränderung machen. Kurz vor der Haustür. Zwei Minuten langweile aufs Erste aufgenommen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. War auch ein Film von James Teen. Und ganz sicher habe ich die Ente nicht demoliert hier. Und ich schmiss hier in die Blau. Was schmiss ich noch rein? Eine Schlange. Gell? Derjenige, who watched me? Ja, so wie auch gern.